Wir müssen darüber entscheiden können, ob die Asylbewerberheime von hier haben wollen oder als nicht. Wir sagen, wir lieben uns ihren deutschen Charakter und keinen politikulturellen Charakter haben. Wir werden diese Kampagne so lange führen, bis der Senat, die Bezirke und auch die Polizei sagen, nein, der öffentliche Druck wird zu groß. Wir lassen keine weiteren Asylbewerberheime hier zu.